Musik 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 Nein, da stehen vier oder fünf Leute Ach so! Auf der anderen Seite Von dem Ding Musik 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 Juhu Franky hat irgendwas zu tun Der sucht da Den See in Ferry Jetzt hast du gefunden Ja, das fehlt hier Schön Bei denen wechseln die Fahrer Ach so! So, total schön Super Musik 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 Oh, die zoomt 5 Jahre Elektronik Und das wieder auszuholen Hahaha, super Aber die Welt ist so bekloppt, ey Ach Ich möchte jetzt wissen, was der bezahlt für das Ja gut, aber Feuerwerk ist in Nordamerika nicht ganz zu teuer Ach, die Dinger zu kaufen sind lächerlich Echt? Ja, du kaufst ein und kriegst drei Oh Ja Das stimmt, aber nicht hier Die waren schön Musik 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 Die waren schön Da ist ein Krackstach Kannst du jetzt die Kram kaufen Und nebenan Neben der Tankstelle Also jetzt gemäß richtigen Abstand, ne? Da haben sie extra ein abgezerrtes Feld Da kannst du gleich rausziehen und kannst in die Luft haben Hahaha Gibt's denn wirklich so vernachliche, die das tun? Ja, ja Du musst doch mal gucken, wie das da aussieht Da ist nur alles abgebrannt, der Feuerwerk Ich glaube, da vorne stehen welche, die raus wollen Und die gucken hier alle Feuerwerk Heeeey Der war schön Ja Also dieses Gefühl Ich sag doch, die wollen da bestimmt rauf oder runter Ja Ja Und alle sind so auf dem Weg zu ihre Trailer Oder Wohnmobile Oder sonstiges Wir natürlich auch Da läuft der Franki Ja Hahaha Aber wir haben gut durchgehalten heute, wa? Ja War wirklich ein schöner Tag Ja War wirklich super War mal was anderes, ne? Ja Morgen werden wir schön grillen Und spielen Ja Ja Kinder, das sieht hier noch so hell aus Das ist gar nicht mehr so hell Auf der Kamera sieht das immer noch komplett hell aus Ah ja Siehst du das? Ja Dabei ist das schon richtig dunkel Ja, natürlich Hast du deinen Maggi schon benutzt? Nein, noch nicht Nein, noch nicht Nein, noch nicht Weil ich wieder Weil ich wieder Hühnersuppe mache Ja Ja Dafür ist das natürlich gut Lecker Ja, sie wusste nicht, dass es hier echtes Maggi gibt Und da habe ich ihr eine Flasche Maggi mitgebracht Hat sie sich gefreut Ja Und wie Und ich habe jetzt echt mal geguckt heute Das kriegst du überall Bei Walmart Bei Superstore Okay Überall Bei Safeway Bei überall Gut zu wissen Ja Hier ist schon noch Party Ja Hier war gestern schon Party Ja Sind die mal Ja Die sind immer noch Viele Leute hier, wenn sie hier sind Im Gange Ja Das ist ja eine größere Familie sein Ja, ja Das sind ja zwei Trailer Die haben sie so dicht aneinander gestellt Ja Dass sie ihren Plätzchen da haben Ja, ja So Okay Leute, ich sage mal tschüss für heute Kommt uns jetzt einer entgegen Huh Ey, das sieht so hell aus Das gibt es doch gar nicht Das ist gar nicht mehr so hell Stimmt Und Mücken haben wir hier Leute, ihr glaubt das nicht Ja, aber besser wie auf dem Minigolfplatz Ja, da war ja echt schlimm Das war ja dürfen Oh So Okay Also Wir sagen tschüss alle Mann Tschüss Wir sehen uns Ich natürlich auch Bye Bye So Ich mach doch nochmal kurz an Meine Lampen Guckt mal Wie schön Die im Kreis da gebaut sind Im Halbkreis Das sieht so schön aus Ja Ja Das sieht wirklich schön aus Mhm Vor allen Dingen, dass die diese Auch von der Straße aus schaut das schön aus Ja Ja Und diese Sternhaufer Erde, ne Ja Schaut echt schön Ja Das ist doch Okay Tschüss Tschüss Ja, du auch Und wir auch jetzt Jetzt ist endgültig Schluss Hallo Leute Ich bin's mal wieder Schönes Wetter draußen Jetzt die nächsten 14 Tage richtig warm Und guckt mal, ratet mal was ich mache Hier Hier habe ich eine Tomatencremesuppe gemacht Für Frankie mit Suppennudeln Die isst er sehr sehr gerne Und hier Wollte er noch Na Was mag das sein Nein, kein Gulasch Gulaschsuppe Hat er sich auch gewünscht Und ich versuche immer die Paprikastücken und die Zwiebeln So gut wie möglich zu verkochen Aber so zwei, drei Stunden muss sie eh köcheln, die Suppe Das geht nicht anders, sonst schmeckt sie nicht So, ist da Bescheid Frankie ist unterwegs Er muss mit dem Truck zu Vision Das ist so eine Firma, die Radios einbaut und sowas Die hatten bei ihm eine komplette Radioanlage neu eingebaut Und ja, da klappt irgendwas nicht mit Ich habe keine Ahnung mit was Irgendwas mit der Lautstärke und der Freisprechanlage oder irgendwie so Ja Ansonsten Heute, wie gesagt, wirklich schönes Wetter Freue ich mich schon drauf heute den ganzen Tag Liegestuhl steht schon Aber ich brauche noch die Sonnenliege Weil auf dem Rücken möchte ich ja auch mal ein bisschen Bräune kriegen Und auf dem Ding kann man nicht auf dem Rücken liegen Äh, auf dem Bauch Ja Ja, so sieht's aus Wie gesagt Kochen ist angesagt, aber das kennt ihr ja schon Dann werden wir mal sehen, wann ich hier fertig bin Dauert bestimmt noch zwei Stunden Minimum Hallo Leute Heute war ein richtig schöner Tag Jetzt ist schon dunkel Und abgekühlt Jetzt ist es richtig angenehm Sind bestimmt noch so Ne 22 Grad 21 22 Sowas um den Dreh Oh, das sieht wirklich schön aus, ne Kann man wohl nicht anders sagen Ich glaube ich hole mir noch ein paar Lampen mehr Und mach die noch Da am Weg Von Weg bis zur Tür vom Trailer Ja Das sieht wirklich gut aus Jetzt ist es aber auch schnell dunkel geworden hier Ja, sonst ist hier nichts zu berichten Jeden Tag das Gleiche So Haben heute Nachmittag bei der Nachbarin gesessen Ohne Mücken Hier hat sich ein neues Zelt gekauft Was wir immer noch nicht geschafft haben Ja Nehmen wir auch noch in Angriff So Das war es schon wieder von heute Ich werde jetzt noch ein bisschen Filmchen gucken Und dann gehe ich auch ins Bett Ich habe schon alles sauber gemacht Wieder und aufgeräumt und Staub gewischt So, mehr blieb heute nicht zu tun Also dann Bis zum nächsten Mal Bye Bye Hallo Leute Ich mal wieder Mann, hier geht's ab, sage ich euch Unglaublich Gestern 32 Grad Die letzten vier Tage 32 Grad Und heute Und heute Mal ein Mal ein Mal ein Mal ein Meine Güte Meine Güte Ohne Glühle Der Triller wackelt regelrecht Böch Ja, und da kommt natürlich auch wieder richtig was runter, ne? Ich kann gar nicht die Tür hier aufmachen. Ich denke, dann kommt das hier gleich rein. Die gucken da drüben schon Fernsehen. Das sind wir kurz vor 8. Ach, nee. Huh! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich mach mal lieber hier die Strom-Dinger aus. Ja, also ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich geh nochmal ins Bett. So, 5 Stunden später. Als wäre nie was gewesen. Wir haben es jetzt halb 3, nachmittags. Ne, waren es 7 Stunden. Sonne, heiß draußen, 29 Grad. Soll noch 31 werden. Hier drin läuft die Klimaanlage wie verrückt. Nachbarin sitzt schon draußen und häkelt. Weiß nicht, ob ihr sie sehen könnt. Warte. Ja. Ja. So sieht's mal aus. Also, bis später. Bis zum nächsten Mal. Ciitas. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.